Hallo und herzlich willkommen auf Finals Coach. Mein Name ist Pascal, an meiner Seite ist natürlich wieder Mirko. Hallo Mirko. Hallo Pascal und heute geht es ja um ein ganz besonderes Thema. Ich habe lange darauf gewartet. Endlich gibt es Mini-Optionen. Ja, absolut. Mini-Optionen passend zu den Mini-Futures, die es ja bereits seit Mai gibt. Und seit letzten Montag gibt es auch die Möglichkeit, eben auf diese Mini-Futures, also sprich auf den MES, der sich ja auf den S&P 500 bezieht, und auf den M&Q, also auf den Nasdaq, eben Optionen zu handeln, eben in kleinerer Stückgröße. Und ja, das Ganze wollen wir uns mal anschauen. Die CME, die Chicago Mercantile Exchange, ist hier der Herausgeber von diesen Optionen. Und die gucken wir uns gleich mal hier in der Option-Chain von der Trader Workstation etwas genauer an. Genau, da haben wir die Option-Chain von der Trader Workstation. Es ist auf alle Fälle ganz interessant, wir haben wirklich verschiedene Verfälle. Also wir haben zum einen die Quarterly's und dann haben wir auch Weekly's drin, wobei man hier aufpassen muss, und zwar die Quarterly's, die haben American-Style, also was wissen wir über American-Style? Die können halt jederzeit während der Laufzeit ausgeübt werden. Und die Weekly's, die haben diesen European-Style so als kleine Info. Die Kontraktgröße ist jeweils ein MES oder ein M&Q. Genau, also das dazu hier sieht man auch noch mal die Infos auf der Webseite. Da sind leider nicht ganz so viele Infos, aber zumindest kann man da noch mal alles nachlesen, was eben die verschiedenen Fälligkeiten und eben die Kontraktgrößen angeht. Wir haben das Ganze auch noch mal hier in der PowerPoint zusammengefasst, dass man das Ganze noch mal ein bisschen detaillierter sieht, wie das Ganze hier aussieht. Deshalb blende ich das gleich mal ein. Da sehen wir nämlich noch mal die Kontraktgrößen hier im Vergleich und da wird auch genau deutlich, warum diese Mini-Futures so sinnvoll waren für kleinere Händler. Wir sehen nämlich, dass der NASDAQ relativ groß ist. Wenn wir hier mit einem M&Q-Future rangehen, hat das gleich eine Kontraktgröße von über 240.000 Dollar mit einem 20er Multiplikator und erfordert auch gleich eine sehr hohe Margin von 17.600 Dollar. Der M&Q, der ja neu eingeführt worden ist im Mai, der hat eben nur eine Kontraktgröße von zwei, also ein Zehntel von dem großen M&Q und ist deshalb eben auch nur ein Zehntel so groß. Und genau auf diese gibt es eben jetzt die Mini-Optionen auf diese M&Qs. Vorher gab es eben nur auf den großen NASDAQ-Future die Optionen. Und das gleiche haben wir hier unten beim S&P eben auch. Da haben wir die sehr großen SPX-Futures, die eben richtig groß sind. Also 875.000 Dollar Kontraktgröße, Multiplikator von 250, gigantische 66.000 Euro Margin. Die ES-Futures immerhin noch 175.000, Kontraktgröße 50er Multiplikator. Also da gehen wir schon mit dem Faktor 5 runter. Und jetzt eben seit Mai die M&S-Futures, die nochmal einen Faktor 10 geringer sind, nämlich nur Multiplikator von 5 haben und deshalb hier eben auch geringere Kontraktgrößen und Margin-Anforderungen haben. Und auf die gibt es eben jetzt die neuen Optionen. Das heißt, wir können natürlich jetzt auch mit den Mini-Optionen diesen NASDAQ und diesen S&P auch ordentlich mit Optionen beackern, weil das war ja uns vorher nicht möglich. Also zumindest denjenigen, die nicht ganz so große Konten haben, weil man muss ja auch ein bisschen auf sein Risikomanagement achten. Und da verkraftet es schon so ein 24.000er oder 17.500er Kontrakt, verkraftet eher ein kleineres Konto, als wenn ich mir halt wirklich dann gleich den großen reinlegen muss. Ich finde das auf alle Fälle eine ganz tolle Sache und ebenfalls neu ist, gerade wenn man sich ein bisschen mit dem NASDAQ oder dem NASDAQ-Index der von der Small Exchange rausgegeben wurde. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, weil man muss vielleicht ein bisschen weiter aushandeln. Und zwar die haben eins gemacht. Die haben 60 Werte genommen und haben die in vier Sektoren gleichgewichtet. Und jeweils zu 25 Prozent. Und sie bilden so ähnlich, ich sage mal mit einer Korrelation von 93 bis 95 Prozent den NASDAQ 100 ab. Und das ist natürlich auch eine relativ kleine Stückelung, dass man halt auch mit einem kleinen Konto so einen, ich sage mal in Anführungszeichen Future handeln kann. Und das finde ich schon toll. Genau, das ist super möglich, denn dieser Index notiert lediglich bei knapp 53 Punkten, also 53 Dollar. Natürlich hat so ein Future jetzt eine Kontraktgröße von 100. Das klingt erstmal viel, ist aber in Relation zu den NASDAQ-Futures gar nicht mal so viel, wie wir in der Präsentation eben gesehen haben. Und hier in der Übersicht sehen wir eben nochmal die vier Sektoren, in die eben dieser Index aufgeteilt ist. Und hier sind alle Aktien tatsächlich gleichgewichtet. Das heißt, eine Apple hat kein so massives Übergewicht im NASDAQ, wie das eben beim NASDAQ der Fall ist, weil eben hier alle Aktien gleichgewichtet sind und deshalb auch alle vier Sektoren hier gleichgewichtet sind. Ja, eine außerordentliche Anpassung findet eben nur dann statt, wenn einer der Titel aus dem Sektor nicht mehr zu den 45 größten entsprechend der Entscheidungskriterien für die Indexaufnahme gehört. Und das sind so Faktoren wie Marktkapitalisierung, also wie wertvoll ist eben der ganze Konzern mit allen Aktien an der Börse, Handelsvolumen, also wie viel wird hier umgesetzt. Und natürlich die allgemeine Rentabilität des Unternehmens. Ich meine, Stichwort Tesla, wir wissen das ja alle, ist das Unternehmen jetzt nachhaltig rentabel oder ist das vielleicht nur, weil die eben kurzfristig mal ihre G und V ein bisschen frisiert haben. Da hat sozusagen der Indexanbieter immer noch ein bisschen Spielraum zu entscheiden, welches Unternehmen hier tatsächlich dann reinkommt. Und das sollte natürlich auch nachhaltig sein, sodass sie nicht bei der nächsten Überprüfung gleich wieder rausgeworfen werden müssen. Das Symbol ist STIX, also in der TWS findet ihr diesen unter dem Kürzel STX-SME. Und hier kann man halt wirklich sagen, dass die Kontaktgröße 5300 Dollar beträgt. Das heißt, ja, wenn er gerade bei 53 steht, also wir haben hier einen Multiplikator von 100, dann haben wir auf alle Fälle, was noch wichtig geht, ein Cash-Settlement. Das heißt, man bekommt hier keinen Future eingebucht, sondern der wird dann am Ende Cash gesettelt. Die ganz normalen Up- und Down-Limits, also wie auch beim Großen auch, 9 und 13 Prozent, also beim Nasdaq. Und das gibt's ja Level 1, 2 und 3. Also Level 1 ist 9 Prozent, Level 2 13 Prozent und Level 3 20 Prozent. Und klar, mit einer Margin von 440 Dollar ist es natürlich schon was, was man auf einem kleineren Konto gut handeln kann. Ja, absolut. Also es ist ja auch für die Kleinanleger kreiert worden, denn die ganzen Dinge listen an der Small Exchange. Jetzt fragt man sich, was soll das denn sein? Eine Börse, die sich freiwillig klein nennt. Naja, das ist eine Börse für Kleinanleger und die ist von der CFTC reguliert in Chicago. Gucken wir uns das Ganze hier nochmal an. Auf der Webseite schreiben die das auch. Wenn wir hier ganz nach unten hinscrollen, steht das hier unten. The Small Exchange is a designated contract market registered with the US Commodity Futures Trading Commission. Ja, also die werden natürlich reguliert. Das ist eine ganz offizielle Börse, aber eben für Kleinanleger tatsächlich designt worden. Und Interactive Brokers gehört auch zu den Clearing-Membern. Das heißt, alle, die auch über die Introducing Broker wie CapTrader, Lynx und so weiter handeln, die sind ja auch bei Interactive und die machen tatsächlich hier auch die Abwicklung tatsächlich von den Geschäften, die hier über die Small Exchange laufen beziehungsweise über den STICs laufen. Das sehen wir auch nochmal hier auf der Webseite. Da stehen nochmal alle Clearing-Member aufgelistet. Da steht auch Interactive Brokers Group dabei. Auch drinnen steht, wer bei Tastyworks ist, kennt man ja vielleicht schon von TastyTrade. Die haben auch eine Handelsplattform. Die stehen unter Corporate Members. Das heißt, auch die wickeln für die Small Exchange die Dinge ab, haben aber kein eigenes Clearing, sondern sind hier quasi unter Corporate Members entsprechend gelistet. Die Korrelation zum Nasdaq ist relativ hoch. Du hast es schon erwähnt, Mirko. Wir haben hier über einen Zeitraum von drei Monaten eine Korrelation von 95%. Also kann man durchaus sagen, es verhält sich relativ ähnlich, kann also als Substitut verwendet werden, eben als kleinere Einheit. Ist also gar nicht so verkehrt, das einzusetzen, wenn man noch kein so großes Depot hat, Mirko. Ja, vor allem für die Leute, die halt wirklich sich mal mit einem Risiko und Money Management beschäftigt haben und vielleicht auch eins haben und bis jetzt die Großen noch nicht handeln konnten, ist es jetzt schon eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich kann mich hier auch mit einem kleineren Konto in den Markt hinein und hinaus skalieren. Das heißt, mit kleineren Einheiten. Ich habe auch die Möglichkeit, dass ich mich ein bisschen hedgen kann. Das heißt, wenn ich ein sehr technologielastiges Aktien-Depot habe, dann kann ich den natürlich auch schnell als Hedge verwenden. Und das ist natürlich eine gewisse Flexibilität, die man dann hat, auch in einem kleinen Konto. Ein Nachteil vielleicht, der Futur ist halt nur von 14 bis 23 Uhr handelbar. Das heißt, im Außerbörslichen habe ich halt auch wenige Möglichkeiten, mich da zu hedgen oder aktiv zu werden. Das ist der einzige Nachteil, den man halt in dem Futur hat. Genau. Also leider ein klein wenig weniger Handelszeiten, als man das so gewohnt ist. Nicht ganz rund um die Uhr, aber für die Kleinanleger sollte das reichen, zumindest in den USA. Denn die stehen wahrscheinlich sowieso nicht nachts auf, um zu handeln. Also da muss man wahrscheinlich schon ganz verrückt drauf sein. Für die ist dieses Produkt ja auch gedacht. Und für die ist es wahrscheinlich auch sinnvoll einzusetzen, auch wenn man sich jetzt nicht mitten in der Nacht eben aus dem Produkt ausstoppen lassen kann, weil der Futur da entsprechend nicht gehandelt wird. Ja, was haltet ihr von diesem Produkt, dem STX, diesem Produkt, das an der Small Exchange gehandelt wird? Sicherlich etwas ganz Neues, das vielleicht nicht so große Bekanntheit hat bei uns in den deutschen Medien, aber vielleicht für das ein oder andere kleinere Konto durchaus ganz interessant sein kann. Zumindest als Futur, als ETF ist es ja immer schwierig zu handeln. Wie wir wissen, können wir die Qs und den Spider ETF ja nicht handeln als Europäer, aber deshalb eine schöne Alternative, hier einen kleinen Future auf einen Index zu handeln, der dem Nasdaq eben relativ ähnlich ist. Uns würde eure Meinung dazu interessieren, ob ihr euch schon damit befasst habt, ob ihr euch das Produkt mal anschauen werdet. Schreibt es uns doch gerne unten in die Kommentare rein. Und natürlich gilt immer, wenn euch unser Video gefallen hat und ihr was mitnehmen konntet, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und natürlich, wer es noch nicht getan hat, unbedingt unseren Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr immer sofort informiert seid, wenn wir wieder live gehen oder ein neues Video hochladen. Damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß noch. Tschüss.